Guten Morgen meine Lieben, ihr habt sehr sehr lange gewartet. Es gab lange kein Video bei mir, hat viel angestanden. Ich erkläre euch das einfach mal in einer ruhigen Minute. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Warum sage ich wir? Eigentlich rede ich auch von mir allein in der Wir-Runde. Aber wir haben nochmal ein Special Gast dabei. Auf die letzten Tage hin haben wir einfach nochmal die Ehre zusammenzuarbeiten. Worum es geht und was wir hier machen, seht ihr nach dem Intro. Haut rein, bis gleich. So, guten Tag meine Lieben. Also, was steht an oder warum war lange still um mich? Letzte Woche gab es ein Video, das hatte ich einfach noch auf dem Computer, kam aber seit Ewigkeiten mit dazu zu steilen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ich mache mich selbstständig. Ich habe jetzt noch genau drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Und dann geht es erstmal nochmal ab in Urlaub und dann geht es in die Selbstständigkeit. Ich mache dazu auch mal noch ein ausführliches Video, wie ich das gemacht habe, wie das auch funktioniert hat, ohne Meister, weil die Fragen kamen häufiger mal auf. Darüber kommt man auch in ein ausführliches Video. So, jetzt redet es sich aber um Bausteller. Wir sind nochmal da. Es wird ein kurzes, knackiges Video, weil wir heute den letzten Tag hier haben. Da machen wir Pause aufgrund vom Wetter. Ab nächste Woche geht aber weiter. Ist eigentlich eine schöne Baustelle. Auch relativ interessant, würde ich behaupten. Das Beste vom Besten. Wirklich das Beste vom Besten. So schöne Arbeit. Genau. Also, wie ihr seht, ihr seht, den Turmalt hat es schon mal angezogen, breit gemacht. Also, wir haben hier eine Terrasse. Ich bin überhaupt ein 18 Quadratmeter, glaube ich, ungefähr groß. Vier Stufen, beziehungsweise mit oben in den Eintritt in die Wohnung haben wir fünf Stufen. Wir haben alles abgerissen. Wir haben auch den Estrich mit abgeklopft. Wir haben hiermit angefangen, mit den Maschinen. Und haben relativ schnell festgestellt, dass das Spielzeug ist. Gehen den Estrich. Und dann haben wir uns hier diesen Presslufthammer holen auf dem Lager. Und damit geht es. Also, der macht den Boden schon, stemmt den auf. Ihr seht es hier. Aber, was ihr auch seht, wir haben hier diese Estrichmatten drin. Und das ist einfach eine Katastrophe. Das Ganze muss raus. Man hätte, meiner Meinung nach, sage ich euch ehrlich, hätte man den Estrich drin lassen können, weil der einfach bombenfest ist. Kleber abfräsen, neue Abdichtung drauf und neue Fliesen legen. Aber, Auftrag ist halt, Estrich mit rausholen. Also, gehen wir hin und bomben den Estrich raus. Wir sind jetzt schon seit zwei Tagen dran. Und haben bisher, ja, was haben wir hier noch? Drei, vier Quadratmeter. Na, also, das war schon nicht so geil. Genau. Das heißt, wir stellen jetzt... Was ist hier mit dem Licht los? Da sind wir schon draußen und haben so miserable Lichtverhältnisse. Genau, das heißt, wir stellen jetzt gleich Stativ auf. Da guckt ihr einfach ein bisschen zu im Schnelldurchlauf. Ihr kennt das ja. Ja, wir bomben den Rest jetzt raus. Dann bereiten wir die Stufen noch vor. Und dann machen wir hier wahrscheinlich Pause. Weil morgen soll es regnen. Am Wochenende soll es regnen. Wir machen Pause und starten dann nächste Woche mit dem Estrich. Und ich glaube, dann, die Woche wird relativ interessant. Weil dann machen wir auch Abdichten mit Dietra Train und so. Denke ich, wird ganz gut. So, wir starten und machen nochmal. Pam! Klamydi. Sahnseh, Luchsebursch. Radau, Palawa, Remi Demi. So, Freunde, geht jetzt los. Ihr seht, hier steht schweres Geschütz. Wir fangen jetzt einmal an, damit ihr schön hört, wie ihr sich anhört. Ratatatata. Und dann geht es über in den Schnelldurchlauf. Wie man es gewohnt ist. Zieht Ohrenschützer an. Die ist gut schwer, die Maschine. Hoppa! So, Freunde, was soll ich euch sagen? Wir haben gestemmt und sind am stemmen. Und haben gestemmt und sind immer noch am stemmen. Und das ist einfach schrecklich. Das ist grauenhaft. So, was haben wir hier noch? Hier unten drunter. Das ist halt ganz, ganz mies. Weil da ist eine Spielzeugmaschine. Damit fängst du nichts an. Und mit der großen kommst du fast nicht da drunter. Das ist einfach katastrophal. Naja, und das Allerschlimmste da drin ist das hier. Das ist das Allerschlimmste. Diese Gitter, die da drin liegen. Die AKS-Gitter oder auch Estrich-Matten genannt. Das verbindet den Estrich so krass. Und dadurch ist da drunter immer noch eine Schicht. Und diese Schicht kriegt man beim ersten Mal, löst die sich das mit. Da musst du da dran reißen. Das geht in den Rücken. Das ist einfach schlimm. Das ist grauenhaft. Das ist eine ganz, ganz schlimme Arbeit. Ich hasse es. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. So, weiter geht's. Das ist ein Schicht. Das ist ein Schicht. Das ist ein Schicht. So Leute, wir haben jetzt den Meister abgestemmt. Wir müssen hier immer mal wieder ein bisschen nachstemmen, wo das Gitter noch drin liegt, aber das Gröbste ist gemacht. Wie gesagt, das Gitter ist das Mieseste. Also, was gibt es zu sagen? Sieht man mich überhaupt? Ja, man sieht mich. Ja, ob man das jetzt hätte alles abstimmen müssen, weiß ich nicht. Wir sind natürlich Angestellte, wir machen da was mehr als gesagt bekommen, als Auftrag. Das hieß Estrich raus. Ich finde, der Estrich war noch super hart, super fest. Gut, das sieht man natürlich vorher nicht. Aber ja, war jetzt Arbeit, muss man sagen. Das Hauptproblem, ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, von einem größeren Unternehmen, der unter anderem auch ein Sachverständigenbüro hat, Fliesenlegermeister, und habe ihn einfach mal darauf angesprochen, was eigentlich die Probleme so bei Terrassen sind und bei Koden. Die Probleme sind nicht bei der Abdichtung, sondern die Probleme sind eher die thermischen Bedingungen. Das heißt Hitze, Kälte, ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen. Irgendwann kommt euch das Ganze hoch. Das ist das Hauptproblem von allen Terrassen und Balkonen. Nur nicht mal die Feuchtigkeit. Weil hier die Abdichtung, die war top in Schuss. Na, also muss man wirklich sagen. Der Estrich, ja, man sieht schon, dass der natürlich nicht nur trocken ist. Aber es ist halt auch ein Außenbereich, vielleicht auch von unten aufsteigender Feuchtigkeit. Aber der Estrich war intakt. Also der war in keinster Weise kaputt. Der war knüppelfest. Die Abdichtung war noch intakt. Es ist wirklich nur, die Fliesen sind halt hochgekommen. Durch wahrscheinlich, ja, zu viel Spannungen über die Jahre. Man muss aber auch dazu sagen, die Terrasse hat 20 Jahre, 25 Jahre gehalten. Das ist okay. So, jetzt machen wir das hier alles weg. Mit der Schubka hinten in die Container. Und durch zusammengekehrt. Dann gehen wir einen Schritt weiter. So, Freunde. Jetzt kommt das Geländer weg. Ich habe euch gesagt, das Geländer muss auch raus. Wir schneiden da weg, kommt ein neues Geländer hin. Ihr seht es hier im Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe hier eine Wirtbox stehen. Da drin ist dieses schöne Gerät. Das ist ein M-Cube Serie. 18 Volt Akku-Winkelschleifer. Lieferumfang ist ein Ladegerät. Zwei Akkus und der Winkelschleifer. Drehzahlregulierung gibt es hier keine. Aber er hat Power und gerade für so Sachen, da braucht ihr jetzt bitte Flex mit Kabel. Wenn ihr so Sachen abtrennen müsst, ist der Akku Flex natürlich Gold wert. Ich verlinke euch das Ganze wie immer unten in der Videobeschreibung. Guckt euch einfach mal an. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Bock damit zu arbeiten. So Leute, ihr habt gesehen, ruckzuck ist Geländer weg. Metallschreib ist natürlich jetzt auch ein bisschen runter, aber das hat super geklappt. Wie gesagt, das Ganze kommt im Koffer. Ladegerät. Zweiter Akku. Hier ist noch ein Akku. Übrigens auch mit Füllstandsanzeige beim Akku. Auf jeden Fall Ladekapazität. Damit ihr seht, wie viel geladen ist. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin super zufrieden damit. Und ihr habt es im Koffer. Übrigens dieser Orsi Systemkoffer könnt ihr auch aufeinander stapeln. Miteinander verbinden. Das sind quasi feine Sache. Geländer ist weg, würde ich sagen. Unsere Container sind leider voll. Das heißt, wir müssen jetzt den Restmüll hier liegen lassen. Und machen morgen weiter. So Freunde, ich will euch einmal kurz erklären, was wir jetzt gemacht haben. Ich will aber nicht zu viel hier drauf eingeben. Weil wir machen nächste Woche den Esstrich und dann hole ich das Meer rein. Wir haben einmal einen Laser aufgestellt. Und haben uns die Höhe hier vorne geholt. Wir wollten eigentlich auf die Höhe von dem Waschbeton planten. Dann haben wir aber das Problem, die Bodenplatte ist schief betoniert. Dann haben wir das Problem, dass wir hier hinten einfach viel zu wenig Esstrich drauf kriegen. Wir haben einen Aufbau von 2,5 cm. Hier kommt die Abdichtung drauf. Hier kommt die Dita-Train. Die hat einen Aufbau von 1 cm. Und hier kommen noch Fliesen mit Kleber. Das heißt, 2,5 cm brauchen wir. Und die müssen wir dann natürlich tiefer bleiben. Dementsprechend kommen wir dann hier relativ dünn mit dem Esstrich. Also haben wir gesagt, wir ziehen das Ganze ein bisschen höher. Haben uns den Laser aufgestellt. Und haben hier unser Meterriss einmal rum gemacht. Immer OKFF heißt Oberkante Fertigfußboden. Von da aus, im Prinzip hier ist unser Startpunkt. Ein Meter ist nachher unser Fertigfußboden. Und nach hier wird es natürlich, jetzt muss ich kurz überlegen, weniger. Weil wir hier steigen. Wir haben ja Gefälle drauf. Wir machen ungefähr 4 cm Gefälle. Ist ein bisschen mehr als man muss. Aber das ist okay. Wie gesagt, nächste Woche gehen wir ein bisschen genauer da rein. Jetzt will ich euch einmal kurz die Situation von der Treppe erklären. Ich habe hier ein Stück Klebeband hingemacht. Hier übrigens für den Meterriss. Und hier habe ich mir angezeichnet, die oberste Stufe. Die ist fertig. Jetzt haben wir ja durch den Meterriss auch hier unten unsere Esstrichkante. Warum lachst du? Hör auf damit. Also, wir haben hier abgeklebt, damit wir nicht auf die Fassade malen müssen. Einmal den Meterriss und einmal hier, das ist die oberste Kante von der Stufe. Hier haben wir ja vom Meterriss unsere Esstrichkante aufgemessen. Das heißt, wir können jetzt von dieser Stufe bis da runter messen und teilen das durch die Anzahl der Stufen. Das Ganze mache ich jetzt. Dann wird das angezeichnet. Dann haben wir die Höhe von den Stufen. Und dann wird der Ytton geklebt. Auf geht's. So, jetzt gehen wir hin. Das habe ich ganz vergessen. Wir machen jetzt den Laser an. Laser ist natürlich jetzt auf Meterstrich ausgerichtet. Wir gehen jetzt hin und holen uns den runter. Auf unserer Treppenstrich. Hier hin. Wenn man dann irgendwann mal sieht. Das ist natürlich, ich bin schon froh, dass wir überhaupt einen grünen haben. Weil, rot könnte man vergessen. Ich bin genau drauf. Wie geht das denn? Geil. So, machen wir mal hier zu. Das hier ist übrigens mein Kamerastativ und nicht mein Laserstativ. Aber das tut das auch. So, das heißt, wir haben jetzt unser Meter, unser Strich hier. Zack. So, wir haben jetzt hier den Laser ausgerichtet auf die oberste Stufe und können uns das jetzt hier unten messen. Wir sind hier auf 98, haben wir gesagt. 98, das ist dieser Strich. Äh. Da ist unser erstes Strich. 98 stimmt. So ist 98. Zack. Dann haben wir hier 89. 89. So, das heißt, wir haben einen Höhenunterschied von 89 durch 1, 2, 3, 4, 5. So, 89 durch 5. Ich muss gerade ein Taschelrechter rausnehmen. Durch 5 sind relativ genau 17,8 cm. Perfektes Maß. So, das heißt, von unserem Strich hier gehen wir 17,8 cm runter. Zack. Dann haben wir hier unsere Estrichkante. Da. Da. Ist relativ genau so, wie sie vorher war. 17,8 cm. Jetzt können wir hingehen, weil wir ja nicht. Ich kann ja jetzt nochmal zeigen, wenn man es ganz draufkommt. Was? Ich kann jetzt nochmal von vorne erklären, wenn man es ganz draufkommt. Was erklären? Was wir ja jetzt gerade hingeholen. Ja, wir haben ja jetzt das für Stufen. Das bedeutet, wir gehen jetzt von der ersten Stufe, obersten ist das hier, geben wir 17,8 cm runter. Jetzt müssen wir den Strich verlängern und geben von dem nochmal 17,8 cm runter. Und so geht das weiter. Und dann haben wir alle Stufen angezeichnet. Wir zeichnen ja gerade an, weil das dauert zu lange, jedes Mal den Laser auszurücheln. Wir zeichnen ja gleich an. Und dann zeige ich euch, wenn jede Stufe angezeichnet ist. So, Dille. Übrigens, mir ist aufgefallen, gestern, als wir gefilmt haben, hat die Stadt Kabel von meinem Mikro anstatt im Ausgang im Kopfhöreranschluss. Könnte sein, dass der Sound vielleicht einen Unterschied hat. Ich habe da gestern schon gecheckt. Der Sound ist okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Sound über das Mikro gelaufen ist gestern oder über die Kamera. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist okay. So, einmal die angezeichnete Form seht ihr jetzt hier. Das heißt, hier ist unser Ausgangspunkt. Wir haben das ja durchgerechnet. 17,8 cm runter. Hier ist unsere Estrich-Kante. Von da 17,8 cm runter, Estrich. Von da 17,8 cm runter, Estrich. 17,8 cm runter. Und hier, das ist nochmal 17,8 cm. Das bedeutet, wir werden das Ganze jetzt gleich, ich sehe das hier an den roten Strichen. Das ist so, wie die Vorgänger das schon gemacht haben. Ich glaube, das habe ich aber gestern schon gesagt. Wir haben hier einen Auftritt von 23, das ist zu wenig. Also, zieh mir den vor. Die haben den ersten vorgezogen auf 29, jetzt. Okay, da haben die den hier wahrscheinlich auch ein bisschen vorgezogen. Oder 28 war es fertig. Und dementsprechend ist das natürlich über Stufe für Stufe wird das mehr. Deswegen haben wir die Uetong-Scheine. Ja, Uetong ist natürlich nicht optimal für den Außenbereich. Also, bitte verurteilt mich jetzt nicht deswegen. Aber, es werden komplette Häuser auch mit Uetong mittlerweile gebaut. Und zweitens, in unserem Fall wird ja eh alles abgedichtet. Hier wird ein Dichtband drauf. Hier kommt Kerditrof mit Kerdikoll. Die ganzen Dichtbänder, Dichtecken. Das heißt, wenn wir das Ganze abdichten, passiert dem Uetong auch nichts. Wichtig ist natürlich, dass mit nachher abdecken, dass es über die Wochenende nass wird, falls es regnen sollte. Aber sonst, ich weiß, es ist nicht optimal. Aber abgedichtet macht das dem Uetong nichts. So, das heißt, wir mauern das nachher. Übrigens, was wir auch machen, wir mauern das ja im Prinzip, weil wir jetzt vorziehen müssen. Das hier haben wir uns angezeichnet, weil wir uns das direkt so mauern wollen, dass wir direkt auf der richtigen Höhe sind. Das Ganze machen wir, indem wir uns hier eine dünne Schicht Estrich ziehen und da unser Stein drauf stellen, weil hier ist einfach zu viel gebuckelt, um da sauberen Stein hinzustellen. Deswegen machen wir eine dünne Schicht Estrich, stellen unser Stein sauber drauf und stechen den dann ab, dass der uns daher nicht stört, wenn wir unseren richtigen Estrich machen. So, jetzt ist erstmal Mangiare, dann geht es weiter. So Freunde, wir haben die zwei Stufen schon gemacht, oben die auch. Jetzt stellen wir mal die letzte. Wir machen hier ein bisschen Estrich. Tomald hat ein bisschen gut gemeint. Mit dem Anteil an Wasser. Aber, das ist nicht schlimm, das kann man machen. Alles raus. Schön verteilen. Ich wollte das zuerst abziehen, wie eine Leere, aber habe mir dann überlegt, das braucht man gar nicht. Kannst du mir den Stein geben, ey. Zweimal so gut. So. Da ist also der Strich, wo wir hinwollen. Kleber hier drauf, für an die Wand. Und einmal unten vorbei, für den Enten Estrich zu klopfen. So, jetzt haben wir natürlich hier unser Zollstock, wir haben die Stufen auf das selbe Maß gehabt. Hier, die brauchen wir ja nicht vorzuziehen, weil hier haben wir unser Podest. Also sind wir hier auf 29,5 hat sich hier draus ergeben. Sind wir hier auf das selbe Maß natürlich gegangen. 29,5. Und gucken, dass wir hier auf dem selben Maß sind. Hier müssen wir noch raus. Und vorne nicht. So. So. So ein Gepittel, hier. So ein Uffriss für drei Stufen. So, da sind wir da. Und da sind wir da. Zack. Dann natürlich wieder Wasserwach kontrollieren. Hier kann man immer viel runter, weil wir da schon umstritten sind. Also drücken wir mal den Stein hoch. Schön abstechen, weil das stört uns sonst nachher. So sieht halt gut aus. So, der nächste Stein ist geschnitten. Dann setzen wir den drauf und am Montag, wenn wir Estrich machen, wird hier alles aufgefüllt. Das hier ist auf der Höhe ausgerichtet. Das heißt, wir füllen das hier auf und können darüber direkt gerade nach hinten einen Estrich abziehen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen da jetzt gleich eine Folie drüber spannen, damit das, falls es regnet, damit die nicht nass werden. Und dann ist das eigentlich ganz gut. So, hier die Wange, die wird eh noch verputzt. Wow, super. Die Flucht stimmt auch halbwegs. Eigentlich soll man nicht auf dem Wasserwach schlagen, aber die wird eh bald aussortiert. Die haben hier schon sehr lang. Das sieht gut aus. Einmal Messen. 29,5. Passt. Sind aber relativ groß jetzt die Stufen. So groß hätten sie gar nicht sein müssen. Aber egal, wenn man Platz hat, warum nicht. So. Rest abstechen. Kann man einfach da hinschmeißen. Dann wird es sauber gemacht, Freunde. Container sind inzwischen gekommen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Haben wir schön aufgeräumt. Wunderbar. Guck mal, Tom. Zieh mal an dem Kabel. Pass auf den Leger. Super. Gefällt mir. So bleibt das. So ihr Lieben. Die Woche ist schon wieder vorbei. Das Video ist vorbei. Ich habe gesagt, wir machen kurz knapp. Und das versuchen wir auch durchzuführen. Wir haben nicht viel gemacht. Was heißt nicht viel? Wir haben die Terrasse abgerissen. Gell. Ihr seht das hier. Was ist hier mit der Kamera im Außenbereich los? Das ist ja eine Katastrophe. Die ist ja gar nicht so cool vom Licht her. Naja. Also Terrasse abgerissen. Haben wir länger gebraucht als gedacht. Wir waren jetzt, machen wir das Radio aus. Wir waren jetzt dreieinhalb Tage damit zu Gange. Tatsächlich waren Estrichmatten drin. War hart. Wie eine Sau war. So nicht geplant. Ja. Die Stufe haben wir hier vorgezogen. So wie ich gesagt habe. Ein bisschen hier noch mit Estrich aufgefüllt. Gut. Und hier haben wir das Ganze auch vorgezogen. Und haben wir natürlich auch verfüllt. Alles ausgerichtet. Auf den Strich ausgerichtet. In die Waage ausgerichtet. In die Flucht ausgerichtet. Das heißt, wir haben direkt unser Stoß, wo wir unsere Fliesen dran kleben können. Und haben direkt unsere Oberkante, um den Estrich abzuziehen. Das heißt, dieser Hohlraum wird natürlich noch komplett gefüllt. Ja. Soviel dazu. Nächster Schritt. Ist jetzt gleich noch Folie drüber abhängen. Da das zu ist. Damit kein Regen dran kommt. Und am Montag. Für Montag ist direkt Estrich bestellt. 1 Kubikmeter haben wir bestellt. Beziehungsweise 1,2 Kubik. 1 Kubik für auf die Fläche. Und nochmal 200 Liter für die Treppe und das Podest. Ich denke, das sollte reichen. Wir sind zu zweit. Ich ziehe ab. Tom halt bringt bei mit der Schubkar. Und das muss halt klappen. So, dann warte jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war nicht so informativ. Weil jetzt einfach mal ein bisschen Abriss auch war. Aber ich denke, die nächste Woche wird doch ganz cool. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Woche steht viel an. Auch mit Fliesenlegen, mit Abdichten und so. Deswegen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben. Glocke abonnieren. Ich bin jetzt wieder häufiger am Start. Ich hatte eine kleine Pause. Wenn euch so ein Video über Selbstständigkeit, wie ich das angegangen bin, einfach mal interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten. Und dann versuche ich da wirklich mein ausführliches Video drüber zu machen. In diesem Sinne. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ah ne. Es ist ja schon Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Fliesenleger. Ciao. Ciao. Ciao.